hey leute herzlich willkommen hier bei dem team sports tv und natürlich auch wieder bei unserem adventskalender heute an tag nummer 17 matze ja wir haben schon gesagt tag nummer 17 tag nummer 24 rückt immer näher aber heute haben sich die aktion schon einige von euch gewünscht denn wir haben ganze zusätzliche 20 prozent auf die kategorie alle hallen fußballschuhe also auf jeden fall hallen fußballschuhe gönnt euch rabattcode wie immer unten in der video beschreibung und natürlich auch aktionslink und wir haben das natürlich nicht alles heute wir haben noch eine challenge mal wieder oder natürlich haben wir auch heute wieder eine challenge und zwar gibt es das 11 ts quiz battle zwischen uns beiden unsere kollegen haben sich zehn fragen überlegt die haben sie in diesen schuhen hier versteckt da steht die frage drauf dann die anzahl der zeit wie viel wir benötigen dürfen um die fragen zu beantworten und wer am schluss dann mehr fragen richtig beantwortet der hat diese challenge gewonnen der gewinnt und ja ich bin sehr gespannt wie es ausgemacht diesmal die guarni doch mal chance wir werden sehen so macht sie ich würde sagen schnick schnack schnuck oder mal wieder schnick schnack schnuck wie immer schnick schnack schnuck also ich stelle dir zuerst die frage stell du mir erst die frage ich stelle dir zuerst die frage alles klar nicht gucken wie hieß unser erster nike most wanted wildcard gewinner der beim global showcase im st george park dabei war antwort innerhalb von 15 sekunden ab gibt es keine dings also ab jetzt läuft halt die zeit also mal komisch 80 war beim ersten dabei ja das antwort fabian schulze der jetzt du hast noch mal komisch 80 drei zwei mal komisch 80 alles klar war das falsch ja er war dabei aber nicht nicht nach germany haben geschaffen marco du landen also diese frage ich schon mal weg du darfst okay dann nehme ich hier superfly so nächste frage welche fußballprofis waren im jahre 2015 auf elm teamsport cv im interview zu sehen wichtig 2015 und nur interviews nenne mindestens zehn für die frage hast du eine minute zeit läuft ab jetzt rode boateng kimmich alaba javi sie dann mertes acker özil an der herrera und also schon viel zeit muss man sagen ja aber ich brauche noch eine lewandowski ich glaube das sind jetzt zehn oder regie also ich habe ich habe zehn jahre noch mal richtig glückwunsch vielen dank vielen dank nächste frage von mir was habe ich da wieder nur zehn sekunden du hast 20 sekunden 20 sekunden ok wie viel kostet der versand bei uns im shop ab jetzt der versand bei uns muss es auf den dings genau sein nehmen muss ja eigentlich also wie viel kostet der versand ok also seine 20 sekunden sind vorbei und es ist leider falsch denn wir haben kostenfreien versand ich glaube man nennt sowas fangen frage warum muss ich so fragen haben und du kriegst ich habe sie nicht gezogen und was sie keine ahnung sorry ok also nächste frage so klatsch wird so nächste frage für dich social media wie bist du da so unterwegs verfolgst du uns da ab und an schaue ich mal ok dann geht es jetzt eine social media frage denn die frage lautet wie viele follower hat 11 teamsports auf instagram du hast ganze zehn sekunden und es muss in case ein 31.000 hast gesehen ich habe die ganze zeit nach vorne geschaut also ich weiß es genau wie die 31.000 krass ein bisschen mehr glaube ich sick das ist richtig das steht jetzt 2-0 2-0 ja ok aber ist denn auch nichts verloren sind fünf fragen für jeden krass du kannst es auch das hätte ich nicht gewusst mit deinem nicht ich glaube ich nicht gewusst doch ab und an poste ich dir da auch mal was ok dann ähm ich bin einfach die falsche frage noch dann ähm komm ich jetzt ja genau mal ok nächste frage die haben sich noch abgesprochen für diese frage hast du eine minute zeit eine minute ok welche fußballschuhmarken findet man im online shop nenne mindestens acht acht also ich habe noch nicht draufgekriegt du darfst noch fragen ist es also ist es brand oder ist es brand brand ok acht ja mindestens gut ab jetzt nike adidas new balance underarmor puma schwarzer also marken alle marken new balance habe ich gesagt ny wak 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 was gibt es noch also alle fußball fußball Ja, also Fussballschuh-Marke. Fussballschuh-Marke. Diadora, Lotto. Eine noch. Noch 17. Mitsura, Passat. Oh, Brate! Oh, shit! Oh, shit! Nicht schlecht! Oh, shit! Mit dabei wären noch Hummel und Umbro. Okay, okay, okay. Egal, ich glaube, die wichtigsten habe ich gewusst. War ganz schön knapp, ne? War ganz schön knapp. Aber es ist auch das wieder ausgeglichen mit den Fussballspielen. Ja, also ich finde, das war etwas schwieriger als Fussballspiele. Okay. So, dann darfst du wieder. Okay. Dann mach ich. Für 2 zu 1 momentan, ne? Ja, 2 zu 1. So. Ich schau nur nach vorne, ja. So, jetzt gibt es wieder Social-Media-Sache für dich. Okay. YouTube. Da bin ich, glaube ich, ganz gut drauf. Genau. Wie viele Videoaufrufe, Aufrufe, Aufrufe, Aufrufe haben wir momentan auf YouTube? Gesamte wie es. Du hast... Du musst die genaue Zahl sagen oder was? In K. Okay. Okay. 20 Sekunden. Also, K. Genau. Aber das sind ja dann... Ne, K. Sorry, K. Ne, K. Genau. Ganz schwierig gehen. Genau. Okay. Okay. Also, dann... 1, 8,3 oder so. Oder wie? Ja. Okay. 2,3,4,1. 1,1. Okay. Okay. Bist du ready? 20 Sekunden. Ja, ich weiß es sowieso. Ich check es jeden Tag. 20 Sekunden. Okay. 1,7. Der spickt doch, Mann. Ich schau jeden Tag rein. Das ist mein Business, Mann. Ja, meinst du auch nicht gegangen? Jawohl. Gut. 3 zu 1. So, dann nehme ich nur noch eine. Die hier. Ist das jetzt schon Matschenschein? Ja. Das ist schon Matschenschein. Wenn du sie jetzt nicht weißt, dann habe ich es gewonnen. Egal, wir schaffen es. Du schaffst das. Du schaffst das, Junge. Ja, die ist easy. Die ist super easy. Die ist super easy. Die ist... Sponsored by Coca Cola Night. Die ist super easy, wirklich. Super easy? Ja. Guck nach vorne, bitte. Du hast dafür 30 Sekunden Zeit. 30 Sekunden, okay. Super übertrieben. Das ist ja so eine scheiß Funk-Fan. Bei dir bin ich so schlecht. Was für verschiedene Sohlenarten bei Fußballschulen findet man bei uns im Onlineshop? Sohlenarten? Ja. In welchen sind Sohlenarten? Warum kriege ich so eine... Sohlenarten? Was ist da... Ich werde es nicht verstehen. Ich untergründe. Ach so. Okay, wie viele muss ich nennen? Ab jetzt. Okay. Also... SG. FG. Turf. Ähm... AG. Und normal. Also... FG. Hast du schon gesagt? Eins Filter. Ah! Handschuhe. Und das sind... Törf. Wie nennt sich die Abkürzung? Fünf. Vier. Drei. Fünf. Fünf. Eins. Aus. Ic. Ic. Also es wäre FG. Hast du? AG. SG hast du? Turf. Und Ic hätte gefehlt. Wollen wir Hallenschuhe zählen lassen? Die Regie schreibt glaube ich auf Lassen wir durchgehen. Lassen wir durchgehen? Okay. Dann lassen wir es durchgehen. Für diesen Einsatz. Das war... Herzlichen Glückwunsch. Danke Regie. Sehr gut drauf unsere Regie heute. Übrigens auch noch einen Applaus. Marco Michalzig heute. Darf man durch mal einblenden jetzt. Nö, dafür klatsch ich jetzt nicht. Okay. Gut. Dann steht es... Drei zu zwei. Drei zu zwei. Wenn ich die jetzt richtig beantworte, ist es vorbei. Was nehmen wir mal? Was nehmen wir mal? Was nehmen wir mal? Okay. Ich schau wieder nur nach vorne. Fokus auf dich. Nein! Er kriegt wieder so eine einfache... Ich hab sie nicht. Ich muss es holen. Ich muss es besand. Das weiß er locker. Easy. Wie viel Zeit habe ich? Du hast 15 Sekunden. Okay. Das ist ein Geschenk. Wer sind unsere Eleven... Warte. Wer sind unsere Eleven TS Specialists? Finden Sie sehr gut? Wie viel muss ich? Sag ich nicht. Bootsblock, Kubaneto, Football for Bros und German Kickers. Ja, mein Geschenk. Gewonnen. Mein Geschenk. Gewonnen. Ich kriege Funfragen und Dings, aber können wir nicht einen Bonus machen? Nein. Es ist vorbei. Komm schon. Wir können einen Bonus machen. Regie? Bonus? Kein Bonus? Sollen wir es zu Ende spielen? Zu Ende spielen? Nein. 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 Ich habe gewonnen. Ich glaube, den Sieg nehme ich einfach so mit. Ja. Ich bin mal gespannt, ob hier nicht irgendwo geschummelt wurde. So in der letzten Challenge warst du. Das war beim letzten Mal keine Abkunft. Auf jeden Fall wurde das jetzt dazugezählt. Haben wir beim letzten Mal schon gesagt, oder? Also es steht jetzt 5 zu 4 auf alle Fälle in der gesamten Challenge. Und ja, es wollen mir noch so einige. Genau. Jetzt seid ihr da nicht so sicher. Vor allem wenn wir dann auf den Fußballplatz gehen. Bin ich nicht. Aber trotzdem. Aber man muss auch sagen, mit diesen Specialist und Instagram, das waren schon einfache Fragen. Also ich hatte... Also wenn ich die 5 Sohlenarten nicht weiß, dann... Ja, ja. Mich ist gar nicht. Okay, ich habe ja... Oder den Gratis-Versand bei unserer Firma. Ist alles gut, oder? Ist ja gut. Ja, checkt auf alle Fälle die Aktion mit Rabattcode und Aktionslink in der Beschreibung. Genau. Wir sind raus für heute, freuen uns auf morgen. Kubanito ist raus. Matz ist raus. Ciao.